Fünf und dann! Ja, hier sind wir beim ersten Mal noch mit der Klasse, die wir schon sehen, die Lohnen am Start und jetzt hier sind wir dabei, wir haben es eigentlich kurz nach dem Stadtplatz dann auf dieser Knochenbewegung angeschmissen, sofort ist aber einer von unseren Rettung selber da richtig zu sein, dass er jetzt noch mit ins Fenster eingereicht wurde. Ja, auch hier in dieser Klasse gibt es ja die Lohnen, wo wir die Knochenbewegung anziehen, das heißt, wir müssen fahren, Janne, Mainz zum Einzelnen, hier wird die Lohnen. Achtung! Achtung! Achung! Oh, 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 oh.